und weiter geht es heute wieder mit dead by daylight und wieder einer kleinen killer und wir bleiben natürlich bei micha mal gucken aber heute wieder vier leute kriegen oder 1 oder für zwei mal sehen leider sieht man nicht direkt mal komm kein taschenlampenheimie dabei das ist gut eine karte ein arzt koffer unten werkzeug koffer und den zwei findet man wahrscheinlich die ganze zeit im nachschrank irgendwo der fehlt noch hier herr kollege da gute 15 sekunden sei dann wir bleiben natürlich auf dem autohäfen zumindest voraussichtlich ich glaube die letzte runde ging mir eine viertel stunde dann war sie weg ja perpferkeit die anderen seh ich nicht und meinen schlüssel genau das ist das was unten jetzt gerade steht das ist du kannst dich vom generator wegziehen und so ich glaube den einen habe ich jetzt mal schön vom generator weggezogen mal gucken wie viele wir es werden gut beim letzten mal nicht glücklich hatte ich wirklich vier relative anfänger das kann sich jetzt natürlich wieder ändern das kann sich alles jetzt ändern ab morgen geht es ja wieder mit dem anderen auch weiter so na komm na komm ja da ist er wieder da bin ich auch auf dem Schrottplatz wie gewohnt so schau mal wie sie so gut sind da ist doch schon einer dran ich habe mir fast klar dass du spielst ich habe mir fast klar ok das war mir klar dass er ok so spielen sie es dann ist er doch oben raus gelaufen ja 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 die sind nicht ohne die jungs oh scheiße das ist glaube ich keiner mit 20er dabei nein zumindest einer ich glaube das wird wieder so eine runde werden wo ich dann nicht viele kriege wenn überhaupt mal nur einen das wird wieder so eine frustrunde für den keller ja ich weiß nicht ich will die noch nicht wegziehen ich bin mir klar dass du die Variante spielst ich war weg die haben schon zwei Generator fett ich habe noch nicht einer oh gib mir die Müsse hab dich einmal zumindest jetzt habe ich dich wenigstens gehe ich nicht mit null raus hör auf ich wickel zumindest kein nuller also zumindest sich das ohne irgendwie ein Ding zu haben und wenn du mir jetzt ja das war mir klar fuck you fuck you fuck you das ist ja ja das ist doch mir klar das ist wie gesagt das wird so eine frustrunde naja ist dann halt so meinst du du spielst die Variante hier? komm mal her wapsi respekt komm mal her komm mal her okay doch zum ersten Mal leider erst Scheiße. Ja, das wird nicht viel werden. Das wird nicht viel werden. Der eine ist ja so schon hier gleich vom Haken, Mutter. Ja. Scheiße. Ah ja. Es gibt auch so Runden. Mal vier, mal gewinnt es keiner. Es ist definitiv kein Anfänger dabei. Der eine ist über... Der eine, der hängt... Äh, ist noch... Hängt hier irgendwo... Ah, hier ist die Luke, okay. Zu wissen. Ja, ja. Egal. Glückwunsch. Da machen sie halt mal besser als ich. Das ist halt nicht nochmal so ein Moment. Vielleicht ist noch eine. Scheiße. Ja, da machen sie halt mal besser als ich. Aber sie haben fair gewonnen. Scheiße. Nicht einen. Ja, guck dir das mal an, ey. 15er, 14er. Was soll ich da machen? Was soll ich da groß machen als Anfänger? Egal. Passiert. Ja, ja. Alles gut. Spielen wir das ganze Ding jetzt mal mit Mori Ich hab jetzt noch eine Runde Hm? Ich bleib halt mal, Micha Scheiße, die hat die Gang gehabt, die Jungs So Was ist da? Die Bullen drei Ich bleib halt Ah, das tut mir auch. Ich probiere es mal so. Ich kann nicht über die auf 2 kommen, aber ich kann die auf 3 kommen, sondern ich sehe sie bei 2. Naja, probieren wir es halt nochmal. Aber es gibt auch so Runden. Oh, das ist es. No, no. Oh, no. Ich bin schnell weg. Oh, das ist das. naja probieren wir es mal was kommt auch an was wir kriegen eigentlich wollte ich irgendwann mal mit dem gespenst spielen aber das muss ich mir noch hochleveln da habe ich noch nicht die perks ich gerne hätte jetzt bin ich ein schöner killer eine schöne map jetzt komme ich mit irgendwie das spiel oder so oder das sind so maps die ich nicht mag das geht noch das ist noch eine relativ anfänger freundliche map jetzt mache ich gut dass wir auch hinkommen der eine ist wieder verletzt das heißt der spiel wieder ohne geht das kein gejammer so fing die runde nämlich auch an als ich die jetzt auch mit genau habe ich doch aber kurz mit angeschnitten ich wusste es ich habe es gewusst ich muss man überleben überladen perk einsetzen ich weiß warum okay der war wohl nicht viel weiter scheiße ich wollte schnell genommen und drücken jetzt das heißt der ist schon mal tot ich habe das mori dafür das heißt wenn ich jetzt noch mal gleich anschneiden soll ich jetzt sind es doch soll ich jetzt sind es doch so Ich bin so gut hier. Spät, 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 Spät. 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 Was ist das? Jetzt bin ich zumindest auf Tierbully 3 und sehe ich dich besser. Ich kann nicht weitergehen, okay. Ah, das ist wieder so eine Runde, die mir nicht gefällt. Komm mal her, David, wenigstens dich will ich haben. Ah, das ist wieder so eine Runde, die mir nicht gefällt. Oh, scheiße. Die hat sie aufgemacht oder was? Oder was ist die andere aufgemacht? Wenigstens eine will ich haben. Oh, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Oh, das ist nicht wahr, da steht ja der nächste in die Ecke. Ja, Thema ist durch, hey. Jetzt habe ich dich wenigstens. Ah, dann kriege ich mir noch. Und du gehörst mir, mein Freund. Du hast mir zwar meine Palette in die Fresse gehauen, jetzt hau ich dir das Messer ans Gesicht. Wie so ein Stück Müll weggeworfen. Es ist einem weg. Ja, die weggekommen. Ihr Feiglinge, ihr kleinen Feiglinge, ey. Und das ist genau das, was ich meine mit diesem unfreundlich sein. Und zwar, wenn man merkt, der Killer kriegt das nicht hin und dann noch zu verarschen, weißt du. Ja, 13 oder 12. Ey, was bin ich denn für Runden heute? Was kriegt er für Gegner heute? Nächstes einen, naja. Ja, nächstes Mal wird es wieder besser. Nächstes Mal wird es wieder besser. Morgen haben sie wieder die anderen dabei.